Ich spiele lieber als Sniper, muss ich sagen. Oh, was ist denn das? Alter, was? Was ist das für ein Raum? Das ist ja voll scheiße zu sehen. Das ist richtig. Hey, sind hier noch mehr Räume? Fehlen hier noch Leute? Muss ich irgendwie ums Gebäude rum? Sind die alle in diesem Raum? Hier sehe ich das alles, was ich sehe. Das ist ja eine kleinere Party als sonst. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Ich habe gerade Time geedit. Warte, warte. Nein. Dann ist da noch jemand. Warte mal, einer hat mich bei der Zeit geendet. Einer von den beiden ist es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab davor nichts gemacht, Alter. Oh Gott, das ist so spannend. Man kann hier gar nicht reden. Das ist so krass, ey. Der hat doch Zeit geedit. Ich hab nichts gemacht. Oh, geil. Fantastisch, ey. Ich schummel nicht. Man kann ihn nicht sehen. Leute. Gino, setz dich hier hin. Versuch zu sehen, was hier ist. Man kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen, Leute. Ich glaub dir. Nicht. Hab dir auch voll den Headshot gegeben, Mann. Ja. Ich dachte, fuck, jetzt hat er mich. Aber ich muss die Zeit ändern. Jens hat einen Clip gehostet, Matteo schummelt. Es ist unmöglich, hier was zu sehen. Ey, Matteo, wenn du was gesagt hast, so hart es geht in dein Gesicht. Ich will den Clip sehen. Okay, lass den Clip gucken. Tab kurz raus. Machen wir den Kontrollmonitor an. Wir gucken uns mal an. Ich guck mir den Clip an. Wenn ich sehe, dass du... Ich guck halt ganz oft auf die Zeit. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Twitch.tv. Die Zeit ist oben in der Ecke. Ich checke ganz oft die Zeit. Ich checke ganz oft die Zeit. Wo muss ich jetzt auf Clips? Und dann auf angesagt? Nein, nein, nein. Nein, poste mal den Clip mit dem Chat. Gib mal auf den Chat. Gib mal auf den Live-Chat. Bonjour auf Bonjour. Auf live, genau. So, wir zeigen dir nur den Clip. So, Achtung. Wo ist das der Clip? Poste den Clip bitte mal im Chat. Poste den jetzt einmal kurz rein. Poste den Clip bitte im Chat. Da. Schummeltee auf frischer Tarte tappt. So. Hä? Das soll geschummelt sein. Das geht gar nicht. Gino. Warte. Guck sie an. Guck sie an. Aha. Okay. Ich merke es. Ich merke es sofort. Gino. Ich lasse es jetzt auf halbe Geschwindigkeit laufen. Ja, okay. Mach. Dann sieht man es. Schummeltheo in Action. Ey, Leute. Der Chat denkt, man kann hier was sehen. Ich kann so gucken. So. Ich könnte so glotzen. So. Jetzt. Ah. Da guckt er. Ja, wohin gucke ich denn, Gino? Ich gucke hier auf den Karton. Man kann nicht sehen. Und? Da. Zack. Matteo hat auf meinen Bildschirm geguckt. Matteo hat auf meinen Bildschirm geguckt. Deswegen steht es 4-0. Deswegen steht es 4-0. Matteo. Gino. Man kann nicht sehen. Das ist ein Kündigungsgrund. Das ist hier schon klar. Ey, okay. Warte mal. Ich hole jetzt eine Kamera. Das ist eine Kündigungsgrund. Ich hole eine Kamera. Wir holen jetzt eine Kamera. Ich stelle das jetzt nach. Warte mal. Welche Kamera können wir holen? Matteo, das ist... Gino, man kann nicht sehen. Okay, Gino. Ich zweifle an unserer Freundschaft. Im Moment zweifle ich wirklich an unserer Freundschaft. Egal, wie sehr ich. Ich könnte so gucken. So. Ist das hier Schummeln, Chad? Ist das hier Schummeln? Wäre das hier Schummeln? Wisst ihr, was ich sehe? Karton. Hier ist Karton. Das ist alles Karton. Ich kann nicht mal den Ansatz von... Gino. Deine Ausflüchte. Männer. Krieg Kopfschmerzen davon. Krieg Kopfschmerzen, weil du gestern wieder gesoffen hast. Von deinen Ausflüchten, Matteo. Das ist... Man kann nicht sehen. Okay. Ich hole jetzt die Kamera. Ich hole jetzt die Kamera und wir zeigen es. Mir reicht es. Mir reicht es. Mir reicht es. Chad, ähm... Ich glaube... Nein. Nein, 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 nein. Das wird jetzt bewiesen. Das wird jetzt bewiesen. Ich mache jetzt hier die Kamera ab. Maurice, sieht man hier diese Cam? Ich mache die an. Die ist an. Warte. Ja, sieht man diese Cam hier? Warte. Sieht man diese Cam? Mach Schärfe. Sieht man diese Cam hier? Das ist ungeheuerlich, Matteo. Ja, sieht man. Okay, so, warte. Schraub die ab. Schraub die ab. Wie machen wir denn hier ab? Wie machen wir denn hier ab? Und, da am Stativ ab. Hebel, Hebel einmal und dann hoch. Ah, dieser Hebel? Gott. Ungeheuerlich, Chad. Was jetzt gerade passiert, das ist nicht zu fassen. Oh Gott, Gino. Ja, und dann? Wie kriegt ihr denn ab? Nach hinten ziehen oder nach oben? Ne, so. Ah, rausheben. Okay, so. Achtung, Chad. Reicht das Kabel? Wir müssen es hier unten langführen. Pass auf das Stativ auf. Ja, gut. So, ich muss es hier. Warte. RM3 Kamera. Dass ich das beweisen muss? Du musst mir eigentlich beweisen, dass ich schummel. Natürlich, klar. Und der Ermordete muss beweisen, dass er gestorben ist, oder was? Ich mach das hier mal ab. Der Ermordete, nein. Aber wenn jemand, man ist so lange unschuldig, bis, ich krieg das nicht hin, Mann. Ja, dann beweis es doch. Ich hab das Ding rausgezogen, ist aber nicht so schlimm. So, warte. So, Achtung. So, Chad, guck mal hier. Warte. So, erst mal zoom. So, so rauszoomen. So, Chad, also, ich sitze hier. So, so guck ich auf den Bildschirm, ja? So guck ich auf den Bildschirm. So, so, ja? So, und jetzt, ihr seht, so, so. So, hier ist meine Maus, hier ist das so. Und hier ist der Karton. So, und jetzt versuchen wir mal, irgendwie auf Ginos Bildschirm zu gucken. Chad, wo soll ich hingucken? Ja, ja, gib mir mal die Kamera. Nein, Gino! Gib mir mal die Kamera. Du kannst mir nicht hin. So, Achtung. Ich müsste so weit nach vorne. So. Und dann seh ich das. Dann seh ich das. Dann seh ich das. So, und jetzt bin ich schon über dem Bildschirm drüber. So viel seh ich. So. Versuch mal zu schummeln, Gino. Hier, versuch zu gucken. Versuch, versuch mich. So. Zeig beides, zeig beides. Okay, Gino, los. Wie zockst du hier vorne, ne? Ja. Mhm, mhm, ja. Mhm, ja. Aha! Gino! Guck mal, wo du bist! Was sieht man da? Was sieht man da? Meine Bildschirm! Meine Bildschirm! Gino! Man sieht meinen Bildschirm! Gino! Siehst du da unten durch! Wo denn? Hier durch siehst du! Wo denn? Hier durch! Nein! Wo? Gino! Alter, als ob! Wann, ich mach mal Schärfe hier. Auch wenn ich so nah bin. Niemand ist so nah dran. Guck mal, ich mach mal meine Kopfkamera. Ich mach mal meine Kopfkamera, okay? Also so. So spiel ich's, Chat, oder? Chat so spiel ich, oder? So. Oder wie weit soll ich noch nach vorne gehen? So? So, spiel ich's so, Chat? Twitch Police. So, und jetzt guck ich hier rüber. Das seh ich. Nee. Das ist stunken und erlogen, Matteo. Das weißt du ganz genau. Dass du nicht rot wirst beim Lügen. Ey, du! Versuchst dir den Chat zu ricken. Ich, das ist purer Skill. Chat, das ist, lass doch nicht beeinflussen von dem. Er ist nicht mehr bei Sinn. Um das zu sehen, müsste ich so, ach so, ich müsste hier so rüber gehen. So, warte, Achtung gleich, jetzt sag ich, Achtung, warte. So, so müsste ich gucken. So hab ich gespielt. So müsstest du gucken. Hab ich so gespielt. So müsstest du natürlich gucken. Hab ich so gespielt. Hab ich vorher noch deinen Stuhl runtergestellt, damit du extra nach oben musst. Nimm das als deinen Kopf. Und dann zeig mir, wie du guckst. Zeig mir, wie du guckst. Nimm das als deinen Kopf. Ich will, dass es deinen Kopf berührt. Ich will gucken, wie... Okay, jetzt versuch's so unauffällig wie möglich zu machen. So, mach. So. Und so ist es. Aha, da gibt noch einiges. Da gibt noch einiges. Deine Beweisführung hinkt. Die hinkt stark. Wir machen jetzt Werbung. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Nein, ich will spielen. Werbung? Okay, wir machen eine Werbung zum Abkühlen. Wir machen eine kurze Werbung zum Abkühlen. Danach wird weitergespielt. 4-0 steht es. Werbung jetzt. Werbung!